Muss ich dir nun erst wegnehmen? Hm, App-basierend. Vielleicht hilft das ja. Eigentlich müsste es ja seine Schwäche sein. Oder auch nicht. Steinwurf. Steinwurf. Interessiert ihn nicht. Warte, was? Ja, es sind nur gerade Steine auf deinen Kopf gefallen, aber das scheint dich nicht großartig interessiert zu haben. Moron. Natürlich muss Klaus das letzte Wort haben. Ach, he. Ich kann es nicht glauben. Ja, dann glaub du es nicht. Von einfachen Menschen besiegt. Ey, diese einfachen Menschen haben auch da aus zwei Männchen hingetreten. Los, verschwinde. Lass mich durch. Ach. Ja, von einfachen Menschen besiegt. Meine TP sehen scheiße aus. Wir brauchen einen Obstsalat. Wie sieht denn mit meinem KP aus? Ich weiß, wie es mit meinen magischen Augen aussieht. So gut wie leer. Tempel der Zwerge. Uhr. Wasser des Lebens. Wundergel. Nein! Perserstiefel. Aber wir können nicht mehr tragen. Analyse... Analysekugel? Was ist das? Das ist ein Buch der geheimen Techniken. Lightning Tiger Blast. Blaz. Bla bla. Ninja Schwert. Elixier. Was war das Leben? So, wir können nicht mehr tragen. Wundergel. Wir können immer noch nicht mehr tragen. Ich hab's verstanden. Nachbarstiefel. Nachbarstiefel. Frauenstiefel mit dem Bild eines Dämons. Steigern die Schnelligkeit um 50. Aha. Das sieht doch toll aus. Das Schwert eines legendären Ninja. Jetzt ist es mein Schwert. Magische Kugel, welche die Häufigkeit auf Gegner zu treffen verändern kann? Ah. Okay. Oh Gott! Stiefelformer von Katzenpfoten verringern alle Art von Schäden um 30%. Oh, schön. Wen gebe ich das denn? Hm. Was ist die Frage? Ach komm, dir. Du bekommst Katzenpfötchen. Schnelligkeit. Ah, wie sieht das denn aus? Woa. Soll ich sowas? Böse. Böse, 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 böse. Und was ist dieses komische... Was ist das? Was? Was hast du gemacht? Böse. Böse. Was hast du... Was ist das? Wie er mir denn dauernd die Worte aus dem Mund nimmt? Ein Teleporter. Ein Tempel der Zwerge. Ebener 1. Ja, super. Wie wärs, wenn mir jemand mal einen Itemhändler gegen die Fresse klatscht? Na gut, ihr seid dieselben Gegner wie... Auch bei... Ne? Ihnen von Mollia, bla bla. Aber wenn jetzt so 50 weitere Bossgegner kommen... Nur viele Mansch-Augen hab ich nicht. Und du wirst mal wieder vergiftet, Klaus. Und täglich grüßt das Murmeltier. Verdammtes Streifenhörnchen. Antidote. Da geht's zu 4. Was haben wir hier? Einen 3. Ah, wieder so'n Spaß. Wozu gibt es diesen Raum? Ich will's gar nicht wissen. Bestimmt muss ich mich irgendwo an einer bestimmten Stelle runterfallen lassen nachher. Wetten. Ah, was haben wir hier? Ebener! Dort steht auf einem Weg, der die Realität unsichtbar macht. Ja, ich muss mich wohl irgendwo runterfallen lassen. Realität. Oder man kann hier irgendwo durch ne Wand gehen. Da glaub ich dann doch eher das mit nem runterfallen lassen. Frog is wo? Was ist die Frage? Kann ich... Ja, ich kann. Okay. Okay! Dann versuchen wir mal ein paar Stellen. Lass mich vorbei! Zum Beispiel hier. Was sehr viel bringt. Ich sag nichts mehr dazu. Hast du dich auch mal was anderes als vergiften lassen? Und wieso bist du nicht geheilt? Oh, ey. Kann ich immer an derselben Stelle? Hm. Muss ich die Statue vielleicht etwas weiter nach hinten ziehen, damit sie mich ins Loch sch... Was bist du? Landkind? Neue Gegner? Ich hab nicht mehr magische Augen! Das ist mein letztes! Wieso gibt ihr mir Gegner neue? Hehehehe. Hehehehe. 1530. Bist du... Was?! Was?! Das ist ein Instant-Töter?! Ich beruhr ihn und sterbe sofort! Gut, dass er mal auf ihrem Besen sitzt. Und davon nicht getroffen werden kann von... Hehehehe. Von wegen? Du bist schnell platt, hä? Ja, du bist eher platt, Chicken. Lasse des Lebens. Dann kannst du uns wiederbeleben mit... Resurrection. Okay, bei diesem Vieh fliehe ich sofort. Ach du Scheiße! So. So, kann ich dich ziehen? Nein, kann ich nicht. Schieben kann ich dich auch nicht. Hm. Versuch's was wert. Oh Gott. Oder vielleicht... Direkt... Darunter... Geht weg. Ich verstehe es nicht. Hm. Auf einem Weg, der die Realität unsichtbar macht. Ich verstehe es nicht. Nein, geh weg! Geh weg! Das ist eine Todesgefahr. Hier ist so nicht eine Attacke aus Golden Sun. Hm. Hm. Irgendwie bringt das alles nichts. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ist das schon wieder so ein Rätsel, wo ich nachgucken muss, um es zu verstehen? Wieso wirst du immer vergiftet? Wieso wirst du immer vergiftet? Oder nicht? Ach. So. Vielleicht hier unten. Ich stehe doch gar nicht da! Das Teil verarscht mich! Und oben verarscht mich es auch. Geh weg, Werwolf! Und was machst du da mit diesen Fingern immer? Hier runter? Nein. Ich verstehe das Rätsel echt nicht. Was muss ich tun? Vielleicht wird der Bonus-Dungeon deswegen als der frustrierendste Bonus-Dungeon in einem Videospiel immer bisher so bezeichnet. In any game ever. Ja, schon da kann ich auch gar nicht interagieren. Das ist doppeltot. Wieso ist da eigentlich eine Fackel? Kann ich auch nicht mit interagieren. Magusaracucra? Seid ihr neu? Ich hoffe nicht. Ist hier vielleicht irgendeine geheime Tür? Nein. Chris! Kannst du irgendwie nicht dein Schwert benutzen? Auf einem Weg, der die Realität unsichtbar macht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wenn ich es noch weitere 3000 Mal sage, dann werdet ihr es auch nicht verstehen. Kann ich, wenn ich zurückgehe? So Backtracking-Aktion, warum auch immer. Kann ich mit euch irgendwas machen? Nein. Nein. Soku, Arm, geh weg. Arm Soku. Nichts. 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 Das ist einfach. Norbertnis. Zh falling. Sicher, ich habe nicht vor. Ich kann nicht mehr Tack-Muchzeichen sagen. Ich darf nicht in die Schleckchäden, die wir glauben. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Vielen Dank.